Hallo, im Transport Fever habe ich jetzt aktuell die Quest, hier eine Strecke hinzubauen nach Erwisten und dabei muss ich mindestens drei dieser Gleise finden. Sollte auch nicht so das Problem sein und langsam geht mir wahrscheinlich das Geld aus. Was ich jetzt als erster tue, ist einen Zug einzusetzen, jetzt gucken wir mal die Lock, die fährt 40 und hat eine Zugkraft von 25 Kilo Newton. Die fährt 45 und hat 40 Kilo Newton. Die kostet aber fast doppelt. Wir nehmen trotzdem mal die Teure und holen uns erst mal Personenwagen. 14 Zwei Stück Jetzt müssen wir doch mal gucken Die Städte können alle Zeugzeuge gebrauchen Jetzt müssen wir gucken Etwas, was Werkzeuge transportieren kann Und etwas, was alles transportieren kann Es geht das Gerücht um, dass im Uedland vor uns ein riesiger Klumpen Gold vergraben liege Die ersten Siedler sollen ihn auf der Flucht vor räuberischen Revolvermännern irgendwo im Niemandsland eingebuddelt haben Ein alterndes Saloon Girl in Laramie weiß mehr Das ist natürlich reichlich unpräzise Das ist natürlich reichlich unpräzise Die Städte können alle Die Städte Die Städte Die Städte Die Städte Und alles den schweren Stein durchbohrt Findet man nichts dass man essen kann Was das wäre Joel So, dann nehmen wir das in den Stall. So, dann nehmen wir das in den Stall. Es ist wahr, wir haben ihn gefunden, unseren Schatz. Am besten halten wir diesen Fund geheim, damit wir keine Neider auf dem Plan rufen. Ja, schön. Hat uns leider nicht so viel gebracht. Wir sollten ja eigentlich gucken, was wir hier tun können. Oben, jetzt können wir Pause machen. Werkzeuge, den nehmen wir auch mal mit. So. Der kann schon mal losfahren. Weiter brauchen wir jetzt hier noch. Und der Baumhof. Ich glaube, wir bauen erst einmal eine Straße. Und jetzt zieht die Klappe auf. So. 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 Das ist aber alles doof. So. 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 So sagen wir mal gleich kein Geld mehr haben. Das war schlecht. Dann laden wir lieber noch mal. Das war's für heute. Das mit den Indianern wäre erledigt. Doch die nächste Herausforderung steht bereits bevor. Vor uns liegt meilenweit nichts als staubtrockene Steppe. Wir müssen zusehen, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Immerhin soll es Eisenerzvorkommen geben, die wir ausbeuten könnten, um uns etwas dazu zu verdienen und Werkzeuge zu produzieren. Mal sehen, ob es jetzt besser funktionieren wird. Wollen wir mal hier auch, oder? Wollen wir mal hier auch noch? 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 Ich habe ein paar Minuten Zeitung, ich hatte einen Kaffur zu nehmen, ich sage, das jetzt in der Ente중. Ich werde das Kaffur zu geben, wenn ich «Kaffur». Ich habe jemanden zu nehmen, auch «Kaffur», ich habe den Kaffur zu bekommen. Und während diese Kaffur zu geben, wenn ich jetzt nichts für kaffur zu machen. Ich habe ein paar Kaffur zu nehmen, ich habe einen Kaffur zu nehmen. Ich habe einen Kaffur zu nehmen. Ich habe meine Kaffur zu nehmen, und ich habe eins gegeben. Oh! So, was hat das mitgemacht? Ich verklebe das Spiel manchmal nicht. Okay. So, ein bisschen Weggeld. Aufmerksamkeit. 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 Da würde ich mal 2. So. Da hin. So rum. Zug A ist das. Jetzt brauchen wir noch einen Zug. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Die nehmen wir mal zu Personen. Aufmerksamkeit. Unser Kredit ist schon aufgebraucht? Das sehen die Investoren ungern. Aber wenn wir net fragen, legen sie vielleicht noch etwas drauf. Nehmen wir mal was. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Die Bühne. Die Bühne. Ich hoffe, dass das hier irgendwas bringt mit dem Geld. Das ist ein Eisen als Prinkloss und da ist auch schon mal eine Person. Ein Pronnen. Zwei Pronnen. Zwei Pronnen. Auf den Pronnen gebaut ist das vielleicht auch nicht so gut. Zwei Pronnen. Zwei Pronnen. Zwei Pronnen. Zwei Pronnen. Zwei Pronnen. Zwei Pronnen. die arbeiter weigern sich auch nur einen finger krumm zu machen sie behaupten sie hätten seit monaten keinen lohn mehr erhalten keine ahnung ob das stimmt allerdings sind wir ziemlich knapp bei kasse und es ist nur noch eine frage der zeit bis uns die investoren den geld anzudrehen wir könnten die leute auf nächsten monat vertrösten und ihnen dafür das doppelte des gehalts versprechen außerdem gäbe es trüben in auktion eine weitere alternative 100.000 gut endlich geht die arbeit wieder voran leider sind unsere werkzeuge abgenutzt und furchtbar ineffizient wir sollten unsere männer neue herstellen lassen eisenerz gibt es in der gegend ja zur genüge so sparen wir kosten und kommen schneller voran der ist voll geladen wartet jetzt bis er da vorbeikommt es geht das gerücht um dass im ödland vor uns ein riesiger klumpen gold vergraben liege die erst in der wüste sagt die lady im saloon sei das riesen nugget versteckt das ist ein kleiner indianer junge der uns offenbar wohl gesonnener war als seine väter hat einem unserer leute folgendes zugeflüstert im gebirge dass die sonne gute nacht küsst und wo der schatten des großen baumes den schweren stein durchbohrt findet man nichts dass man essen kann was das wohl bedeutet noch kurz auf der stelle bauen damit falls der wieder hoch kommt Und jetzt kommt es wieder bei 6,5. die neuen werkzeuge sind ein segen damit arbeitet es sich gleich viel leichter jetzt rasch über den hügel bis nach option von dort aus ist es nur noch ein katzensprung bis zum ziel also los beeilung auch hier kann ich wieder verdienen das mache ich auch so 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 Okay. Kein Weg. Oh, ja, richtig. Die Investoren sind höchst ungehalten über den verschwenderischen Umgang mit ihren Mitteln, wie sie es formulieren. Wenn die wüssten, was das alles kostet. Da ist die Auswärtsstrecke. Jetzt müsste der Donner noch rausfallen. Neun. Oh, ja. Das war's für heute. Und dann ist es noch ein Ruhmuss. Jetzt haben wir noch mal eine Zuchtflövi. Jetzt sind wir noch eine Zuchtflövi. Das ist ein Verlust. Das dauert jetzt einen Moment, schaue ich dann noch das nächste Mal weiter.